Ich glaube an eine bessere Zukunft. Dass wir ein Land sein können, in dem alle Menschen die Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Egal wo sie herkommen, egal welches Geschlecht, welche Religion oder sexuelle Orientierung sie haben. Dass es uns gelingen kann, miteinander in Frieden, gegenseitigem Respekt und Solidarität gut zusammenzuleben. Im Dorf, im Land, sogar weltweit. Und dass wir gemeinsam zu echtem Fortschritt kommen können, der bei allen ankommt. Wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Ein gutes Land für alle ist möglich, wenn wir uns zusammen dafür engagieren.